Oh, es passiert was. Nicht das hinauf zu den Göttern strahlt? Bayre, was habe ich getan? Was ist das für den Göttern? Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht. Die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlickt. Welch Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Ich bin nur einer von euch. Das war's für heute. Das war's für heute.